Ja, warst du hellblau unterlegt das? Türkis, hellblau. Ja, exklusiv Battle Royale, oder meinst du das? Genau, die Schrift von Battle Royale, das ist so die Farbe, die ich meine. Ah, so eine hab ich, ja. Dazu ein schönes Pink und ein Schwarz. Krasses Pink, Türkis, hellblau und Schwarz. Okay. Genau. Ja, ich such dir morgen die Farben raus, ich schick dir ein Foto und dann sagst du mir, ob du die gut findest. Cool, cool, cool. Hast du ein breites Handgelenk oder so ein schmales? Ein breiter. Breit, okay. Ich frage nur, weil so schmal, so schmal nehme ich eher so Kevins Größe und breit muss ich die Handgelenkgröße von meinem Papa nehmen. Ich glaube schon, dass es breit ist. Das ist breit, ja, ich nehme das von meinem Papa. Ja. Beppo, kommst du? Ja, ich komme. Ich bin jetzt im Spiel. Ich schätze das Pop-Up. Maus, ich glaube, du musst dann Beppo einladen. Hab. Hab. Hast du nicht jetzt mal einen anderen Charakter gespielt? Was hab ich, ich hab Wutzen gespielt letztes Mal. Die sah nicht so aus wie so ein Alien, oder? Wer, Wutzen? Die jetzt sieht aus wie ein Alien. Oh. Beppo spielt mein, Beppo spielt einfach ein Dingsten, die Breiter. Ja. Die Breiter OP. Ich hab jetzt jetzt echt nur Rave, Rave heißt die so, Rave? Rave ist fucking schwer. Ja. Ich hab die gespielt, Loba und, äh, Watson. Ey, du möchtest den weiblichen Charakteren immer, ne? Ihr nehmt nur die mit fetten Booty's. Ich hab die hübschen Charaktere. Ich hab die hübschen Charaktere. Sorry. Die hübschen Charaktere. Die hübschen Charaktere. Boah, jetzt muss ich mich wieder an diese Steuerung gewöhnen. Deppo, wie oft haben wir das Spiel heute gewechselt, Mann. Ja, das ist jetzt das vierte Spiel für heute. Wir springen übertrieben zwischen den Spielen hin und her. Von Venment über, äh, Fortnite. Von Fortnite auf Call of Duty und von Call of Duty jetzt auf Apex. Habt ihr zusammen Venment gespielt? Nee, ich hatte alleine gespielt. Ja, also, das würde ich ja dann mit dir spielen, weil du, glaub ich, hast mir das zum ersten Mal. Ich habe einen Ruf zu verteidigen. Oh, ja. Ich hatte den erstes Mal. Äh, äh, keine Ahnung. Äh, ich weiß nicht. Äh, äh, ich war, geht mal. Oh, ne, ich hab versucht. Wie geht mit mir rein? Ich hab nicht gesagt, mein erstes Mal. Ich hab gewangt, du hast mir von dem Spiel erzählt. Und, ähm. Das war doch schon Spaß. Dann hätte ich da, ja, weißt du, dieses Step-Bow in Steps ist, ne, das, ähm, du weißt. Das kommt gut an, oder? Ja, du weißt, aber Hase, nachher heißt es, ne? Du weißt, wie dumm die Leute sind. Ja, ist doch cool. Ja, ist doch cool. Ich hab hier Revitüre. Nochmal, nochmal. Okay. Okay. Das hätte ich gerne. Jetzt hab ich ihn kurz draußen. Äh, wie kann man pingen? Nö, er weiß. Das sind all die 6000. Was ist das hier eigentlich? Unterbrecher. Unterbrechungs-Munition? Mein Näschen läuft. Hier. Hatschi. Da ist ja noch so dumm, wenn ich verschwunden habe. Das ist... Ich höre Schüsse. Ich komm mal. Ich bleib weg in mir. Hallo. Oh, ne Spitfire. Na, ich schriebe. Ich bin schon im Nächtenring. Wehe, hier gibt's keine vernünftige Beute. Ich hab dich nicht gesehen. Du hast mich übelst erschreckt. Ich schwör, ich drehe mich. Ich drehe mich um und du stehst einst in meiner... Ich will jetzt... Ich liebe diese Dinger. Ich liebe diese Dinger. Hier ist ein Gegner. Wo? Rechts. Fase rechts. Fase rechts. Joten. Ich schwör, ich erinnere mich mal. Oh my god. Da sind noch welche. Da, da. Hierher. Wir sind zusätzliche Vorräte. Dr. Dornstedt. Oh. Oh. Oh, knuffig. Nein. Oh god. Oh Gott. Ich muss mich verfeilen wollte. Nicht offen zu sein. Ich muss mich verfeilen. Auwa. Ich hab nicht raus. Scheiße. Komm her, komm her. Schnell, schnell. Schnell, schnell. Bleib, 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 bleib. ich bin tot schaffst du nicht schaffst du nicht doch 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 ich bin tot ihr müsst meine kasse ich hab kein schild gar nichts so schlecht digga erste rolle sorry ich bin zu scheiß der muß der stream nach hänken ich hab gerade in mein mikro gebissen ja meine mitbewohner sie machen einfach ein saufspiel draus aus was ich habe ein stream war was was denn das müssen wir machen ich weiß nicht wie wenn ich richtig verstanden habe wenn ich ein kill machen muss der eine trinke wenn ich sterbe muss der andere trinke ich trinke ich trinke einfach jedes mal okay du musst jedes mal trinken wenn du eine kriegst aber dann nehme ich die ganze flasche du kannst schlucken wie immer ich bin zu asozial das gesucht ferelob sechs mal oder halber sieben aber sie reserviert aus halbes ich gehe morgen mit bepößen das habe ich schon verstanden ich hab's doch naja ja der dritte heute finde ich schön also also beponett mich x hamster vorhin einer bei ford hat mich x hamster genannt warum wohl ich finde das nicht in ordnung wenn du mich x hamster net ich hätte ich gerade du ja genau schon mal kehrt so soll ja ich springe raus jetzt raus jetzt wir sind rosa ich habe eine rechte woche ok ok mach's gut mach's gut bisschen spieler echt jetzt aber du kleiner hund du willst nur vor uns da sein ich bin lukei auch besser nicht ich habe ein schatzpaket ich habe mal eine woche ich bin glücklich ich habe mich ganz gut nicht viel zeit bringen es weit entfernt ich will warum nehme ich diesen schmutz mit ich habe mir den bluten ja nicht ganz so recht muss ich sagen habt ihr was dagegen wenn ich mal kurz schießen zu testen nö auch gut ok das ist die elektronik ok ich würde ich gerne austauschen scout klingt gut welch also caller sind voll weit weg von je Ja, warum gibt's da so viel Schmuck? der paket ist unterwegs braun ist smg oder also das ist schön zu mir fragen die lache ist gar nicht hallo das ist gut wenn wir uns schon weiter bewegen weil wir ein stück ich muss deswegen kommen also ich habe doch nicht mal geludet ich höre die sohne sie du verpist dich einfach übelst krass werden mich ja nicht hinterher laufen eine sekunde sie sind hier oben sie sind hier oben sind hier michael hast du ihn ja die zone fickt mich ich kann mich hoch ich bedauern wie viel leben es ist schwierig sofort was ist warum ich habe ich was kriegen wir gelbe Ah, das ist ultra cool. Ah, es ist so schwer. Prost. Ich bin bereit. Danke, herzlich. Kein Problem, Enchantedly. Das ist so schwierig. Mein schönster Stern am Himmel. Ein Stern. No. Das war fast süß. Mein aller, aller schönster Stern. Wir werden sehr gut miteinander auskommen. Der Allvater wird uns heute begünstigen. Sag ihm, sollen wir nächste Woche auch in den Vape-Shop gehen? Wenn nicht nächste Woche. Alter, ich hab nicht Zeit. Ja, wir haben erst zu shoppen. Ich hab nicht Zeit. Alter, geht der Scheid. No, noch eins. Ich hab 20 Apex Kids. Ich darf vorstellen, euer Champion. Ich darf vorstellen, euer Champion. Michaa. Muss ich nicht da rum. Nein. Da. Bereitet euch auf die Schlacht vor. Ich soll die Schlacht trocken gehen. Ich bin 20 Apex Kids. Ich krieg keine Luft. Ich krieg keine Luft, deswegen. Ich zieh darüber. Beаннягу, ich zieh darüber. Das ist mehr Lut. oder ich folge dich folge dir kennst du von findet nehmen ich folge dich seine mutter ist nicht in der nähe ich hab keine ahnung ich dachte du wolltest den ich wollte die einfach so wurde ich hab doch ich werde zuerst wie sieht es mit der zone aus ihr habt mich alleine gelassen du klingst wieder wie ein roboter kommen wir laufen weil wir sind schon wieder will es mir immer einen klaps geben gibt es doch zu also hüpfen und dann hüpfen und dann quadrat wir sind fast noch der söhne höre schüsse du möchtest kannst du sie nehmen ich habe ich habe eine platz ich habe die r301 die mag ich lieber die wappen die ich jetzt hier habe ist egal was ist das laser visier ein lieder na gott schütte blau keine gegner keine gegner alles gut mit feiern ich weiß es ist gut waffe gut ist lmg ja gut wochen ich habe eine piste ich habe es hier meine p2 22 ich habe diese hier ich habe noch nie mit er gespielt ich versuche alle waffen durch ich fälscher äh sentinel sniper ich habe nicht das ist das energie sniper ich habe nicht das ist der energie sniper ne tut scharfschützen munition da stehe ich gerade im gruppe was schießt du coole ur oder 63 schussmann ich hätte auch 40 gegeben das macht ihre ganze ding ins nicht ja wenn man übelst gut bleibt ist dass die übelst gute waffe also hat so pass auf ich bin nicht leicht zu beeindrucken ist einer da danke ich kann mir einfach entgegen geflogen du kannst dich nicht mehr runter haben falsche knapsche scheiße was? optik für scharfschützen da bist du wo ist der? ich hab ich hab komm an schild brücken hab ihn habt ihr sich? danke war die alleine? war direkt tot ich muss erstmal schild nutzen schreile meine wunden hast du genug? kurze pause ok von wo? hinter uns von hinten? ja ich schieße nach mich oh du kleine schlampe der ring ist ganz schön weit weg ihr müsst eure positionen kennen ich glaube die werden getötet fertig es gibt einen neuen kill spitzenreiter neuer kill spitzenreiter? der ring ist weit entfernt seit ist knapp alpha schenke mir klarlicht ich hab einen feindlichen schild geknackt so ein zwanzig beppo bist du da hingegangen? ja bei all die teams bist du clever aber aber die waren da waren drei stück mit klarer sicht wo? ich hab mich selber rechnen was auch wo ist die zone? wir sind nicht in der zone ey wir haben einen weiter weg vor uns keiner von uns ist im ring unter ne mauer wir müssen beieinander bleiben wir müssen beieinander bleiben man du fackst mich ja übelst ab was läuft? ich möchte mich heulen wir werden über die ich werde mich hier schäuern mich für dich nachher der scheiße Ah, scheiße. Wir hätten nicht, wir hätten nicht zurückgehen sollen. Trinken. Ich hab die Mates in der Wettbewoners schon getrunken. Ich hab ein Apex weg. Gold, Gold, Gold. Okay. Wir waren gut, wir waren gut. Wir waren gut. Wir waren gut. Wir waren gut. Gut unterwegs. Mhm. Aha. Wir waren echt gut unterwegs. Aber wir waren echt gut unterwegs. Aber wir waren echt gut unterwegs. Ja. Warum höre ich meine Stimme zweimal? Schon noch den Stimmen. Zweimal her. Was hast du gemacht? Hase, was hast du gemacht? Hase, du bist gemein. Hase, ich fühl mich gemobbt. Hase, ich fühl mich gemobbt. Hase, ich fühl mich gemobbt. Das ist euer Champion. Hase, ich fühl mich gemobbt. Hase, ich fühl mich gemobbt. Hase, ich fühl mich gemobbt. Die Schlacht liegt unter uns. War das eine scheiße Idee? Ich glaub, die meisten landen vorne. Da ist ein Team. Da kommt noch ein Team, glaub ich. Ja. Kann wir das schaffen? Jo, wir schaffen. Jo, wir schaffen. Schaffen! Komm nur da, direkt am Arsch. Oh, hier sind schon Welch drin. Haben einen. Oh, ich wollte nicht verliesschen. Hier bei mir, bei mir. Kriegen wir nicht hin. Wer wäre nicht verliesslich? Wer wäre nicht? Ich habe einen geholt. Also, das war eine richtig gute Runde. Das war ein richtiger Quickie. Ragequid. Ich hab einen geholt. Ragequid, Ragequid, Ragequid. Gut, Michelle, du nimmst die Stelle, wo alle landen. Jetzt spreche ich wieder wie ein Roboter. Ich hab einen geholt. Ja, ich hab keinen Bier. Ich mach mir noch Bier auf, okay? Aber auch nur für dich. Trink für mich. Was ist denn hier? Oh mein Gott, nein. Oh, dass du mich grad nicht verstanden hast. Du hast gesagt, du würdest ein Bier aufmachen. Ja, du hast aber nicht gesagt, was ich dir mal gesagt hab. Ich darf kein Bier vor dem Stream trinken. Warum? Was ist das? Wir dürfen doch trinken. Ja, ihr dürft. Ich nicht. Warum du nicht? Für den Stream lässt du nicht trinken. Am Stream. Ja, schon, jetzt schmal der da war. Ja, mit dem Strahle. Hallo, Peter. Schau mal. Ja. Da. Wir sind ja ein Wasser. Ja. Was ist der? Was ist der, der, der? Wie in Amerika. Ja. Ich war das. Ne, ich war das. Warte, ich war das. Warte, ich ging das mal an. Das hier könnte ein guter Land sein. die trockene schlucht ich muss nie sind seit 20 minuten ich konzentriere mich so brutal drauf dass es nicht kommt mhm, das kann ich, ich konzentriere mich auch mal auf das nicht kommen oh, stop, bro stop, bro, I'm stuck hurt me ok, bestanden wir hatten hier und stop, bro nein, wie oft haben wir den scherz immer wieder gemacht jetzt waffe, glaub mir stop, stop, bro, help me ok, ziehen wir es durch und die leute haben es immer wieder geglaubt immer wieder ich habe alles, aber keine waffe ja das ist wie so eine schmutzhaarburg im Fall geht es nicht alleine sind hier welche? ich habe schon mal eine bekommen Ich hab keine Pumpe, weil... Ich hab keine Pumpe, aber... Ich hab die Pumpe, aber nicht. Das haben wir, das... Nein, das bin ich wieder auf ihm. Ich bin zu dumm... Schmuni hier hat trackgeschmissen, logisch. Gefäße Pumpe, hier ist ne Pumpe. Ich hab ne Friedenstifter. Friedenstifter und Rampage, ist das so viel? Jo. Geht uns mit dem Sieg und dem Leben. Können wir das mal hin, hier? Machst du da, Hasen? Ich ne, ich hab vor dir auf. Ich war jetzt grad ein bisschen überfordert. Was war... Ich hab dir vorher Tristan zugekommen. Was macht denn? Da kommt jetzt irgendwas Weltbewegendes und dann macht man etwa gar nichts. Ich hab ein paar Materialien gefunden. Darf ich das noch? Haben Sie mir in der Zone her, oder? Ich hab ein paar Materialien gefunden! Ohne Spitfire... Es ist schon... Ich mag nicht... Er... Ähm... Er... 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 Was ist das denn? Okay, brauch ich nicht. Und damit, komm, komm. Er... Ich hab nicht nur eine Ahnung, von dem was ich hier machen... ich hab die fallen gelassen sind das für sie seid ihr? ja, ich steh um ok Mh Fühlt nur auf, ne? ich brauche doch mal kurz gucken wo die gegner sind hier bei mir bei mir genau da vorne wo du hingehst ich bin unterwegs wir müssen auf bett bewahrten ich bin gleich stark ich kenne alleine ich bin da haste stopp er regelt das was ist das aber das sollte man eine schnitzel wenn man knapp in der zone ist oder schnell flüchten wir wollten testen der ring ist ganz schön weit weg über die positionen ich verschritte ich bin der hat sich mit vor der ich habe nichts gesagt guck jetzt ne spitfire also guck gute waffe sein wir müssen uns bewegen ich habe einen eisernis geschrieben ich habe mich auch für meins wortzeiten ich liebe sie sind aber schon die sohne neben uns oder ja da komme ich wieder nicht durch oh nein 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 lauft lauft weiter lauft weiter also ich ohne scheiß ich komme nicht durch hier gibt es eine hier können wir rutschen ich kann nicht rutschen bringen und quadrat ok ich kann nicht rutschen bringen und quadrat ok ja ich sterbe jetzt auch tut mir leid ich bin erschöpft benutze ein phoenix als das was ich gesagt hat das ist habt ihr keine hulk jetzt mehr ich kann mich nicht heilen ist nicht schlimm wir können dich über die station wiederbeleben wir müssen nur an einen ort wo wir einen shop haben da können wir deine karte wieder neu kaufen wo ist das wo ist das Achtung Replikator ist unterwegs ne das bin ich nicht hey da fällt ein Replikator vom Himmel ha 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 also ich bin nicht gehör Ring schließt dich in einer Minute ich rücke mich jetzt nach vorne ich rücke mich jetzt nach vorne weniger als eine minute der Ring ist nicht weit weg Ich höre Schüsse. Ich habe einen 35. Kannst du seine Karte kaufen? Ich will ihn jetzt. Jetzt können wir ihn wieder an. Ich stelle gerade etwas her, das dauert nicht lange. Wie geht das? Jetzt können wir ihn wieder an. Wie? Da ist kein Kami. Doch, du hast doch... 35 kostet das. Da ist keine Kami. Wird nicht gerade mitnehmen müssen. Wie auch darf. Vorteil. 30. Komm mit. Direkt das linke. Komm mit. Ich stehe und habe erschossen. Ich habe den Schild eines Ohren verlangst. Und hier geht es in diese Richtung. Muss nachladen. Okay. Zwei genommen. Okay. Bitte. Bist du tot? Und. Haben Sie. Haben Sie. Warte. Nein. Wir sind in der Nähe. 30 Sekunden. Lade Schilder auf. Wir haben noch zwei Weite, du Squats. Zehn Sekunden. Direkt nebenan. Ich werde beschossen, Freunde. Ich gönne meinen Schilden eine Aufladung. Ich ausruhe. Ich gehe kurz aufreißen. Ich habe einen Gegner erlegt. Hey, ich werde beschossen. Ich stehe unter. Ich bin gefangen. Nein. Ich bin tot. Scheiße. Ich auch. Ich habe 300 was ich weiß. Ah, Dritter geworden, aber... Aber, aber okay... Ja, aber okay. Geh nur, guckt an der Rauch. Geh, Geh! Geh, 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 Geh! Geh, Geh, Geh! Geh, Geh, Geh! Geh, 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 Geh! Ich habe einfach keinen Schaden gemacht! Ich hab 338 Ja, 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 ja Aber nur einen Lock Hast du mich gerade ange... Du schau... Der Bruch ist gerade auf und... Gesund... Ich hab schon 14.505 Schaden... In der Arena hab ich schon 24.000 Schaden gemacht. Gibt's die Arena überhaupt noch? Gibt's gar nicht mehr, oder? Hallo, hallo, hallo? Was, Leithase? Was, was? Boah, du hast mich gerade komplett ignoriert, ey. Nee, ich hab hier gerade was an meinem Finger geguckt, was voll wehtut. Gibt es noch Arena? Ich glaub schon. Ich bin mir aber nicht sicher. Okay. Ich bin mir auch nicht sicher, ich find's auch nicht. Jetzt bin ich traurig. Also Peppo ist grad rauchen. Ja, wie immer. Dann hört man nämlich nix. Angenehm, oder? Ich bin dir wie viel Hebel. Das hast du natürlich gesagt, nicht ich. Ja, aber du hast doch ne angenehme Stimme. Ach, dann... Ja, das ist ein bisschen... Ja, das ist ein bisschen... Bei dir stehen keine Daten, warum? Gott... Was? Ich würde... Soll ich hier vorlesen, was mir jemand gerade in den Stream geschrieben hat? Ja. Tu das, was richtig ist, wenn du weißt, Alter, was richtig ist. Und wenn du teilweise noch nicht weißt, was richtig ist, dann ist es das noch nicht so schlimm. Aber denk daran, wenn du weißt, was richtig ist, dann musst du das tun, was richtig ist. Genau. Ist das richtig? Ist das richtig? Genau. Ja, das ist richtig. Weil ich muss das nochmal... Tu das, was richtig ist, denn du weißt, Alter, was richtig ist. Und wenn du teilweise noch nicht weißt, was richtig ist, dann ist das noch nicht so schlimm. Aber denk dran, wenn du weißt, was richtig ist, dann musst du das tun, was richtig ist. Das ist so dumm, dass es schon deep shit ist. Warum verarschst du meine Stimme so? Wär ich? Mhm. Ich weiß, dass du es bist. Ich hab deine Stimme... Hä? Wie? Ich hör meine Stimme so piepsig im Hintergrund. Äh, äh. Aber... Wie heißt Gott sei Dank kein Schweizer? Ähm... Den finde ich gut, den Spruch, also... Ich bin... Ah, du bist Philosoph. Das hätte ich jetzt nicht erwartet. Ich auch nicht. Ich hätte von Kimi erwartet. Hm? Von dir hätte ich erwartet, dass du Philosoph bist. Ich hab deine Stimme echt nicht verarscht. Das ist gut. Das ist gut. Das ist gut. Das ist gut. I know. Das ist gar nicht gut. Du hast mich gerade beschuldigt, deine Stimme zu verarschen. Tut mir nein. Tut mir nein. Nur ein bisschen. Hm. Jetzt muss ich erstmal den Stream belästigen. Aber ich werde jetzt auch noch bis um eins machen, ne? Ja, ich mach auch nicht mehr lange. Ja, ich mach auch nicht mehr lange. Ich glaub, ich mach noch diese Runde und dann geh ich auch ins Bett. Das klingt noch im Fernsehen. Ich bin müde. Ich glaub nicht, dass du die Kontrolle über mich hast. Also, du bist Philosoph. Kannst du denn bitte noch einen raushauen? Ich würde gerne... Oh mein Gott, der fällt alles rund. Er schreckt mich doch nicht so weiter. Das war mein Linear. Also. Ich bin hier noch... Wo ist Beppo, Mann? Geht da die Zigaretten kaufen? Ich hab dir gerade ein Emote-Shit. Ich hab gesehen. Ich wollte dir gerade antworten. Aber du hast mir keine Sekunde gegeben. Ich hab das schon vor 10 Sekunden geschickt. Guck mal. Beppo hat einfach 100... 100 Zuschauer, ne? Ich hab nur einen gesehen gerade immer. Äh, ich hab nur einen gesehen gerade immer. Er ist so... brutal, Mann. Wie, du hast nur einen gesehen. Beppo hat 100. Beppo hat 100 Zuschauer. Beppo hat 100 Zuschauer. Beppo steht ein noch. Beppo steht ein noch. Beppo steht ein noch. Na 100. 100. Beppo steht ein noch. Na, Mann. Depo, Mann, ich muss noch telefonieren. Kommen Sie bitte. Eine Runde und dann muss ich telefonieren. Denkst du, Diablo ist ein Spiel? Ja, auch du mal ein halbes, ja. Denkst du, Diablo ist ein Spiel für mich? Hase? Ich überlege gerade. Weil dann würde ich es mir halt kaufen. Ich spiele es ja momentan auch nicht. Weil die Season 1 kommt der Pfeil in den Arsch. Aber... Das nochmal mit dem Neuempfang wäre schon witzig. Aber wäre das ein Spiel für dich, ist die Frage. Weil ich überlege gerade, okay. Ist das so ähnlich wie World of Warcraft? Eine Ähnlichkeit besteht, ja. Bei World of Warcraft habe ich gesuchtet, ne? Eine Zeit lang. Ich sag mal so, ne Ähnlichkeit besteht. Mhm. Aber ich glaube, DVD ist ein ganzes Stück größer. Wenn du weißt, was ich meine. Also du hast keine 40 Instanzen bei Diablo. Okay. Wie das dann, wie das dann, als bei DbD, äh, bei WoW war. Ähm... Aber ich finde, du hast ein bisschen mehr Action als bei WoW. Eigentlich kenne ich es dir auch. Scheren, mein Kumpel spielt ihr nicht mit mir. Da kann ich auch die Scher wegnehmen. Ey, kannst du auch kaufen, das ist jetzt kein Problem. Du weißt, da liegt nicht das Problem. Ja, stimmt. Aber du bist ja Luxemburgerin, du hast ja Geld im Ende. Aber ich will es halt auch nicht kaufen, meins. Und dann nimmt es unnötig Speicher weg. Und dann lösche ich, weiß ich, das ist doch auch behindert. Wir machen das mal so. Ähm... Also bis morgen Abend, lass mal nichts sagen, ne? Ja, danach. Ich komme nach dem Essen. Ich würde sagen, um... Wann ist es so? Zehnhalb, elf bin ich spätestens da. Jo. Wir kennen auch im Spandau und Sonntag mal, wenn du da Zeit hast. Dann halte ich dir das mal per Scherpler mal zeigen. Okay. Bevor du da 80 Euro umsonst, was gibt's. Beppo, ich mache noch eine Runde. Okay. Beppo, bitte auch. Und dann, ähm... Ja, ich gehe dann auch schlafen und ich wollte auch spätestens um einschlafen gehen. Ja, ich mache heute auch. Was ist, wenn wir jetzt nicht am Anfang sterben? Hm? Was ist, wenn wir instant sterben? Ja, dann, äh... Dann auch eine Runde. Ah, mir schnärft es, dass ich halt ganze Zeit andauernd auf 99 Zuschauer bleibe. Ich nervte es, dass ich andauernd nur auf 99 Zuschauer bleibe. Na, du warst gerade auf 104. Ernsthaft? Okay. Ich bin bereit für alles, was der Tag bringt. Und dann habe ich ja auch gehabt mit streamen, weil es mir zu blöd war. Haha. Unser Luxenburger ist so ein Idiot, der unser bester Streamer, der ist so dumm. Ja, Litsubo. Ja. Der war heute mit der Phoebe unterwegs und der ist so dumm, der Typ. Hm. Hm. Ich finde aber auch Phoebe tausendmal zu sehen. Das ist euer Champion. Die sieht auch tausendmal besser aus. Phoebe ist was saudummes, ne? Phoebe Schmutz. Ja, ich bin der Champion. Ich gehe weiter. Sieht aus, als wäre ich der John Foster. Wir gewöhnen nicht alles jetzt. Ach, ich habe mir gerade voll wehgetan. Phoebe, du bist dich. Ich habe mir wehgetan. Ich habe gepustet. Ich würde noch lauter pusten. Die haben das nicht gehört, den Pakistan. Du bist da. Pippo, spring! Pippo, spring! Pippo, spring! Ich habe jetzt mit der Zeit. Ich stand dir bereit. Ziehen wir es durch, Freunde. Darf ich da reingehen? Ja. Jo. Ich gehe in die Mitte. Kannst reingehen, wo du willst. Oh, diese schmutzige Lache. Dieses... Ich gehe links. Ich gehe in die Mitte. Oh, sie ist wieder da. Warte, was ist mit Feierungen? Was? Was? Ich feiere auch gut. Ey, ey, ich habe... Spitfire ist gut. Oh mein Gott, die Spitfire ist gut. Ja, aber schrei mir nicht so ins Ohr. Danke. Ich habe überhaupt gar nichts geleistet. Du hast voll laut in mein Ohr gepushtet. Ich mag das nicht, wenn man in mein Ohr gepushtet. Merk dir das. Was ist der Elektrogewehr? Warum glaubst du, dass ich das alles weiß? Ich habe mein Pupo gefragt. Na ja, das Elektrogewehr hat das Problem, es hat eine Aufladung. Okay, also es ist scheiße. Das Problem ist, bevor du schießt, lädt es sich zuerst auf und das kommt hier das Genick brechen. Ich renne hier überall hin und her, weil ich werde irgendein sterben, jetzt weil ich so dumm bin und so weit weg von euch gehen. Segne mich mit Klarsicht. Unser Ziel ist klar. Ich gehe schlafen, okay? Oh. Hasen, nein. Du bist ein Rucksack. Stufe 2. Nein. Nein. Stopp. Hasen, stopp. 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 Beppo, halt ihn fest. Das macht er. Er rennt alleine. Du wirst sterben. Das erkennt euch. Hasen, komm zurück bitte. Das ist so schlimm. Das ist immer diese... Das ist immer diese hellweise Pumpt eigentlich. Komm, komm zurück. Okay. Welcher hell war der Vertrieb hat, hä? Ein Lease zu unserem Feind. Folgen wir ihm. Kommst du? Bei ihr. Beppo. Ich komme. Ich habe schon wieder fünf Stunden. Na ja, ich muss mal gucken. Ich habe lauter einzelne Videos. Vier Videos. Bleib kurz, bleib kurz, bleib kurz. Was machst du? Bleib kurz. Warum? Mein Rabe sagt mir wohl, die Gegner sind. Zu unseren Anscoti geht es in diese Richtung. Warum sagt man das? Siehst du die Raben-Dings? Die Raben-Dings? Ich zeige dir wohl die Sonne, okay? Diese Striche meinst du? Die Gegner sind... Gehen wir dort entlang. Genau. Da unten. Bei Call of Duty habe ich einfach den Controller komplett umgestellt und jetzt drücke ich hier ständig R3, aber damit haue ich. Denkst du, die hören mich? Nee. Michael. Kann ich los? Die sind noch ein bisschen oben lang. Hast du so ein bisschen, Hilfe, Hilfe, Hilfe. Du, die Gegner holen jetzt. Ich habe keinen Plan, was ihr macht. Ich schwein. Ja. Denkst du, die hören uns? Ja. Ich glaube nicht, dass die uns hören. Kommst du, Beppo? Ich sehe ihn, haben wir es da. 40 Sekunden sind die Eid, okay. Ich verstehe. Wie ist die Fußprung? Das wusste ich noch gar nicht. Was machst du? Also guck ihn dir an, wie ein Lone Ranger. Ich habe den Gegner gesehen. Ach, Mann. Ich mache hier gleich. Jetzt rennt er alleine davor. Jetzt kriegt er sowas von den Arschversorg gleich. Habt ihr? Ich habe noch, wo ist denn einer? Ich habe noch mal gar einen gesehen. Achtung, er gibt einen neuen Kill-Spitzenreiter. Oh, wir haben einen neuen Kill-Spitzenreiter. Ich kann es kaum erwarten, ihn zu treffen. Da. Da, 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 da. Okay, da drüben. Da. Oh. Vollein, Kimani. Vollein. So fettig. Wahrscheinlich sogar besser getroffen. Unten rein. Ja, kommt, kommt, kommt. Vor dich. Voll für den Hase. Komm mit rein. Ich höre, das sind alle Spots. Was ist denn? Ich glaube, das ist seine, seine, seine Attacke. Treppe hoch. Das Spiel ist so schlecht, Mann. Was war das? Das war schnell. Das, das, also. Ich will es nicht schwirren, weil es geht um das Scheiß. Ah, was, da, was trägst du dich wieder auf? Nee, Beppo. Nee, ich mache keine Runde. Nee, 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 nee. Das Spiel hat mich jetzt übersehen. Frost. Ich bin traurig. Warum bist du traurig? Weil das Spiel so schlecht ist. Wenn réden wir? Mich. Deppo hab ich. Ja, aber ich schwöre auch, dann auf. Elias hab ich. Rait mich. Nein, Raiten nicht. Hä? Ich rait mich. Also will ich nicht swim oder? Du zwimst nicht. du hast gar nicht ich habe noch gar nicht ich mache das jetzt zu dem hier rüber weil er voll süß ist er hat nur ein zuschauer ich bin gar nicht so also leute ich werde euch drüber zu gamer 98 das ist jan seid nett zu ihm gibt ihm viel liebe und wir sehen uns dann morgen so dann ich mache auch schluss meine lieben leute wir sehen uns morgen wieder zu alter frische danke für den letzten follow aber noch mich ja sehen wir uns jetzt morgen oder wann oder wie